Das ist eure Verstärkung. Das ist euer Ende. Genau hinter euch. Macht euch bereit, eurem Schicksal gegenüber zu treten. Kommt euch hier entlang. Bereit machen. Sie dürfen diesen Planeten niemals verlassen. Wir folgen euch. Sie werden dauerhaften Schaden nehmen. In Ordnung, Männer. In Deckung. Es gibt kein Entkommen. Einheit zerstört. Ihr habt was gefunden. Erlebe die wahre Natur der dunklen Seite. Einheit zerstört. Mir nach. Wir geben euch Deckung. Einheit zerstört. Gebe Koordinaten ein. Bin unterwegs. Ich bin dein Schicksal. Folgt mir und feuert auf jeden Gegner. Wir überprüfen das mal. Verstärkungsposition umkehrt. Lasst niemanden am Leben. Macht eure Männer bereit. Geht eure Turs ein. Versteht dich. Macht euch bereit zum Sterben. Unterwegs. Es wird geschehen. Jetzt werdet ihr lernen, was Leiden wirklich heißt. Jawohl. Widerstand ist zwecklos. Ziel bestätigt. Jetzt hab ich dich. Vorrücken. Immer bereit zu sein. Unterwegs. Wie lautet eure Anweisung? Diesmal werdet ihr nicht entkommen. Das ist euer Ende. Er hat euch bereit, eurem Schicksal gegenüber zu treten. Genau. Sie laden die Waffen. Sie dürfen diesen Planeten niemals verlassen. Angriff. Sie werden dauerhaften Schaden nehmen. Was ist? Es gibt kein Entkommen. Feuer. Ihr könnt euch das Geräte sparen. Erlebe die wahren Natur der dunklen Seite. Feuer. Folgt mir und feuert auf jeden Gegner. Eröffnet das Feuer. Lasst niemanden am Leben. Ziel erbracht. Macht eure Männer bereit. Gebt euren Kurs ein. Macht euch bereit zum Sterben. Es wird geschehen. Macht eure Männer bereit. Bin unterwegs. Jetzt werdet ihr lernen, was Leiden wirklich heißt. Gegner gesichtet. Widerstand ist zwecklos. Jetzt hab ich dich. Gegner entdeckt. Diesmal werdet ihr nicht entkommen. Das ist euer Ende. Ein Ende. Macht euch bereit, eurem Schicksal gegenüber zu treten. Bereit machen. Sie dürfen diesen Planeten niemals verlassen. Angriff auf sie. Sie werden dauerhaften Schaden nehmen. Einheit zerstört. Es gibt kein Entkommen. Einheit zerstört. Erlebe die wahren Natur der dunklen Zeitung. Keine Verstärkung mehr. Einheit zerstört. Einheit zerstört. Gebe Koordinaten ein. Setze Kurs. Das ist der Außenkurs. Was nun? Folgt mir und feuert auf jeden Fall. Einheit zerstört. Lasst niemanden am Leben. Keine Verstärkung mehr. Gebe euren Kurs an. Macht euch bereit zum Sterben. Es wird geschehen. Einheit zerstört. Macht euch bereit zum Sterben. Bataillon in Bereitschaft. Ich habe sie im Visier. Ich bin bereit. Wie ihr wünscht. Es wird geschehen. Es wird geschehen. Jetzt werdet ihr lernen, was Leiden wirklich heißt. Bomber in Bereitschaft Widerstand ist zwecklos Bombergeschwader hier Jetzt hab ich dich Bereit für Befehle Beginne Angriff Beginne Angriff Diesmal werdet ihr nicht entkommen Beint in Reichweite Mord er bereit Volle Kraft Scannen das Gebiet Einheit zerstört Da sind sie Einheit zerstört Einheit zerstört Einheit zerstört Lasst mich nicht im Stich Jetzt werdet ihr lernen was Leiden wirklich heißt Giga Gebt euren Kurs ein Wählt eure Verstärkung Ihr setzt zu viel voraus Jawohl Euer Mangel an Glauben ist beklagenswert Verstärkungsposition umkehrt Widerstand ist zwecklos Angriff Jetzt darf ich dich Diesmal werdet ihr nicht entkommen Feuer Das ist euer Ende Macht euch bereit eurem Schicksal gegenüber zu treten Mehrzige Dauer Bereit machen Eröffnet das Feuer Verstärkung Sie dürfen diesen Planeten niemals verlassen Angriff auf die wer sie dauerhaften Schaden nimmt Es gibt kein Entkommen Einheit zerstört Die wahre Natur der dunklen Seiten Feuer frei Folgt mir und feuert auf jeden Gegner Lasst niemanden am Leben Macht eure Männer bereit Ziel wird anvisiert Gebt euren Kurs ein Feuer Es wird geschehen Jetzt werdet ihr lernen Was Leiden wirklich heißt Feuer Widerstand ist zwecklos Verstärkungsposition umkehrt Einheit zerstört Wie ihr wünscht Jetzt hab ich dich Ziel erkannt Oh Gott Leute Ich werde das verlieren 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 Wie der Imperator befiehlt Diesmal werdet ihr nicht entkommen Gegner gesichtet Das ist euer Ende Macht euch bereit Eurem Schicksal gegenüber zu treten Gegner entdeckt Viel zu leicht Bereit machen Sie dürfen diesen Planeten niemals verlassen Gegner Sie werden dauerhaften Schaden nehmen Es gibt kein Entkommen Angriff Erlebe die wahre Natur der dunklen Seite Feuer Folgt mir und feuert auf jeden Gegner Erlastet das Feuer Angriff auf dieses Ziel Macht eure Männer bereit Gebt euren Kurs ein Macht euch bereit zum sterben Feuer 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 Es wird geschehen Jetzt werdet ihr lernen was Leiden wirklich heißt Widerstand ist zwecklos Ja Jetzt habe ich dich Ziel wird anbisiert Diesmal werdet ihr nicht entkommen Das ist euer Ende Feuer eröffnet Macht euch bereit eurem Schicksal gegenüber zu treten Sie werden sich uns anschließen oder sterben Das hat das so gesehen Alarmiert alle Kommandeure Unterwegs Sonder bereit Beginne Bombardement Bereit machen Greite Gegner an Beginne Angriff Sie dürfen diesen Planeten niemals verlassen Feuer Ziel erfasst Wird erkundet Sie werden dauerhaften Schaden nehmen Ziel erfasst Es gibt kein Entkommen Es gibt kein Entkommen Leid Це ist authentisch Duo Auf Strom Stand Ich habe Das ist Als Ich habe Ich habe Heil Ich kann Hand Ich kann selbst Ich kann Erlebe die wahre Natur der dunklen Seite. Gegner gesichtet. Ihr folgt mir. Erkunde das Gebiet. Deckung für meinen Anflug. Geht mir nach. Folgt mir und feuert auf jeden Gegner. Macht eure Männer bereit. Gebt euren Kurs ein. Dann los. Danke, Jörg. Mehr brauchen wir hier nicht. Wie ihr wünscht. Sofort. Wie der Imperator befiehlt. Schon unterwegs. Bombardement verfügbar. Viel zu leicht. Mehr ist nix mehr. Ja. Unterwegs. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Alarmiert alle Kommandeure. Positionsänderung. Lasst niemanden am Leben. Gegner entdeckt. Macht eure Männer bereit. Gebt euren Kurs ein. Gegner. Macht euch bereit zum Sterben. Dann mal los. Es wird geschehen. Ihr folgt mir. Das ist euer Ende. Nein. Mein letzter E-T. Bereit zum Befehlsempfang. Macht euch bereit eurem Schicksal gegenüber zu treten. Komm Link aktiv. Beginne Bombardement. Wie der Imperator befiehlt. Oh, einer noch. Viel zu leicht. Ja. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Das habe ich schon mal gesehen. Alarmiert alle Kommandeure. Bereit machen. Sie dürfen diesen Planeten niemals verlassen. Hm. Was ist? Nix. Sie werden dauerhaften Schaden nehmen. Es gibt kein Entkommen. Es wird gleich. Es wird gleich geschafft, glaube ich. Erlebe die wahre Natur der dunklen Seite. Er verliebt ja alle Bodentruppen und Gebäude der Rebellen, um zu gewinnen. Viel zu leicht. Irgendwo muss noch irgendwas gehen. Ja. Da unten. Sie werden sich anschließen oder sterben. Alarmiert alle Kommandeure. Das ist euer Ende. Macht euch bereit eurem Schicksal gegenüber zu treffen. Kommt der Fispa. Erwachte Befehle. Beginne Bombardement. Ziel erfasst. Wir müssen noch irgendwas gehen. Ja. Ja. Sie dürfen diesen Planeten niemals verlassen. Bombardement verschwunden. Verstanden. Beginne Bombardement. Beginne Bombardement. Ziel erfasst. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Alarmiert alle Kommandeure. Die One-Man-Show. Wie erwünscht. 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 viel zu leicht macht euch bereit zum sterben habe verstanden beginne bombardement wir haben gesiegt ich habe euren auftrag erledigt jetzt muss ich meine suche nach dem flüchtigen verräter fortsetzen dieser informant kann nur wenig anrichten um die macht des imperiums zu schmälern die unterwerfung der gionosianer ist eine klare botschaft an alle die gegen uns aufbegehren wollen die rebellion wird nicht mehr so kühn sein die rebellen werden stärker solange sie verbündete gewinnen und damit nicht genug die feuerkraft der mun kalamari flotte übertrifft die der rebellen bei weitem es wäre höchst unerfreulich wenn sie ihre kräfte vereinten wir müssen sicherstellen dass dies nicht geschieht einsatz logbuch aktualisiert ich habe jetzt mal alles gestartet hier ja wie gesagt die zweite folge in einem einem das ist ja so wo du ewig suchen konstruktion abgeschlossen kontrolle über nabu was ist übergegangen obwohl du schon eigentlich gewonnen hast trotzdem muss man das letzte auch noch zerstören ist ja nicht so dass ich jetzt alles erobert hätte und mir gehört trotzdem wenn es euch gefallen hat dann lasst einen like da danke bis zum nächsten mal tschau euer Tarkismo